Aber es ist ein anderes Thema und gesagt hat, ja, gerade weil wir jetzt wiederholt immer wieder den neu friedlichsten 1. Mai seit Menschengedenken oder seit 1987 haben, wäre es doch mal langsam Zeit, die Einsatzkräfte der Polizei zu reduzieren. Dann freuen die sich nämlich auch, insbesondere aus anderen Bundesländern, die uns hier Amtshilfe geben. Na, ich sag mal so, da freuen sich vor allen Dingen die Berlinerinnen und Berliner, die da nicht von irgendwelchen Knüppelbullen aus der Provinz überhaupt nicht ran werden, weil die hier von der Großstadt intellektuell überfordert sind. Die wurden nicht nur über den Haufen gerannt, die haben vorher auch noch ordentlich Pfefferspray in die Fresse bekommen.